ich hätte gerne knarre ja ja ich sage nur eisen ja das was bringt jetzt echt viel eisenbarren und dann hieß das noch mal was brauchen wir stehen wenn man bleibt weiter nein interakt spät an ihm ganz mit table da ist er noch planks brauchen wir eigentlich nur da kommen sie noch mal bauen hier ja meine einladung an hier brauchst du aber noch ein grinder um der toll und kohle und all und weil ja das haben wir nicht für dich gefunden habe und so los geht und dann sieht man ja wie muss ich die annehmen unter social pending invasions ist es nicht auf e und gibt es auch auf interakt okay das kannst du also echt schon waffen cool und akzept drücken einfach und dann hast du es irgendwie bin ich jetzt noch im oder mal irgendwie wieder jetzt nicht war das hat sich auch verschieben wenn sie gestört ja war mal hier hier das ist das hat nicht ganz geklappt ich konnte irgendwie nicht aus dem wählrad raus deswegen jetzt cool danke geile sache so jetzt ist das große kind beschäftigt sechs kugeln ja was wird das in dem plattenbau ja wunderschön freut man doch jetzt ist es dein erstes wir können nichts anderes aber plattenbau den können wir das wunderschönen und kann ich kann das für auf mich zu diskriminieren und mehr kann ich nicht tobt sich aus ich bin echt unkreativ bei mir kommen meistens solche bauten auch ich hatte vier ecken gehäuse ich hatte ein haus ist wunderschön da können sie ruhig denke ich sein da bin ich noch ich kann eine terrasse dann wie jetzt der vw kübelwagen wird nichts für dich und haben wir dann wolf ja der ist bei mir hier ich habe mir echt wie eine treppe reiten da und damit die sachen kaputt machen kann ist das euer ernst ich habe mir was mitgebracht warte muss ich erst mal das muss das mit e anklicken ich muss nicht genau jetzt kannst du reiten cool danke also für all die es noch nicht gespielt haben wenn man ein pferd sieht und sich ein lasso gecraftet hat dann und das lasso auf das pferd geworfen hat muss man kein mini spiel bestehen in dem man immer da läuft so ein pfeil hin und her man muss in bestimmten bereich klicken und dann hat man das pferd sozusagen getamed wie soll man sagen also gefangen gezähmt gezähmt genau ist ja gezähmt ja da ist der seh viele kennengelernt wieso keule an den haaren hinterher kennst du doch wie früher ne quatsch also wir haben tatsächlich online kennengelernt jetzt mal ich bin mein freund auch ich meine frau kennengelernt habe da gab es noch kein online da war die war vier und ich war neun ja da habe ich ihn kennengelernt jetzt ohne flachs oder was ja ohne flachs krass und direkt verlobt ja so mit nö nö so hast du schon bis sieben oder acht noch gewartet aber hast du dir warm hier halten die zeit über ja ja das ist ja wie verlobung verlobung heißt ja nur sichern und weitersuchen ne wirst du werden wir wieder bei hinkriegen kommt kurz bleib stehen wenn ich dich treffen kann ach so den hirn mist das klappt schon sehr gut oh da ist ein wolf au 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 er stirbt doch endlich alter wie viel schluck das viel denn okay mit der knarre das klappt doch nicht so gut wie gedacht auf was trittest du denn ein hirsch ein hirsch ja ich meine ich habe es vier oder fünf mal getroffen aber vielleicht habe ich auch naja ist egal ich habe ihn erledigt und bin gesund oh ah danke das äh äh Kurt hast du was abgerissen? ja okay Kurt rastet aus guck die Polizei was macht der was kaputt? ja der rastet das Haus wieder ab rastet aus welches Haus? meins boah dann gehe ich und spiele nicht mehr mit das ist mein Haus jetzt mal ohne Blödsinn wie findest du das Spiel eigentlich bisher? du bist ja eigentlich gar nicht so der Survival-Fan ich? ja ja ich komme damit klar ach das ist ja seit langem mein Spiel was klappt ne was aber merkt viele Spiele bist du nicht bewahren geworden? muss man die Gäule anbieten oder? ich liebe Survival und Crafting-Games ich auch ich auch ich hab da keinen Bock drauf wenn du da so Ewigkeiten brauchst um irgendwas machen zu können oder ja doch leichtes Feudalen kennst du leichtes Feudalen? naja da brauchst du ewig um was so hingeschissen zu bekommen aber ich hab das so gesuchtet ich hab da über 1000 Stunden drin hier keine Leiter hin da hab ich keinen Bock und wenn ein Spiel kein Ziel hat hab ich auch schon recht recht keinen Bock drauf dann mach ich die Tür mal woanders weg also alleine würde ich das hier nie spielen wie krieg ich Leder? brauchst du ein Spinnrad? ne 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 brauchst du dieses Ding hier ne ne Tannery ja ja hier dieses wo ist das da genau und dafür brauch ich ja dreimal Haut ich hab ihn zweimal hat noch jemand ne ich hab noch keiner ich hab dreimal Pelz aber nur zweimal Haut haben wir eigentlich schon Planks? ne ich wollte ja grad die Säge bauen aber es geht ja nicht ohne ach so ja genau da brauchst du Leder ja die sind von mir und Kurt also Kurt hat mir eins mitgebracht kannst du auch damit reiten jetzt? weiß ich nicht muss mal gucken ob das geht ich weiß gar nicht nein ich baue nein ich baue ich reite nochmal aus machen wir eine Terrasse hier fertig 100 Schuss für ein Reh ich komme ich gucke ob ich noch zwei Pferde fände ein Hirsch ich könnte ja auch mal gucken ja genau warte mal kann ich mir ein Lasso craften? ja da brauchst du diese 10 mal Rope oh schön Ropes genau die machen wir auch den Plant Fibers ja mach hab ich 21 ich verballer ich direkt alles was ich hab ja mach ich auch immer weil die Plant Fibers brauchst du selten ach cool man kann ein Pferd sogar springen geile Sache äh früher konntest du damit sogar die Klippen runter springen ganz wenig Schaden das kannst du heute nicht mehr machen ok das Pferd sicher ist auch Schaden auch Fallschaden machen wir da auch so Pferdespieler so wetspringen und so Dressur reiten sowas ja Traben Traben rennen ja schön also ihr seht es kommt noch jede Menge auf euch zu wir machen es möglich da bauen wir es mal zurück gehen oh oh so jetzt ist mir der Stein ausgegangen könnt ihr Stein mitbringen das wäre super cool danke nein habe ich 100 200 300 400 500 in der Tasche ich bin stein in der Tasche scheiße in der Tasche scheiße ne Steiner äh Fiene nein wo ist jetzt eure Tür nein welche Tür ach so jetzt haben wir die auf die Händenseite gemacht Mist ich hab kein Moon mehr so ein shit hab die die Tür ich hab kein Huhn mehr kein Moon ich hab keine Tür umgesetzt wir haben was andere gemacht gekloppt jawoll ich hab's geschafft I'm the one and only oh Gott I'm coming with the stones oh ich hab genug äh Leder oder Warhide do you have a kiss do you have a kiss do you have a kiss das ist ja so ich hab jetzt mal so ne Tenery gebaut ich hab ne Terrasse gebaut ne hab ich nicht ich hab kein Fiber mehr NEIN aber ich bau jetzt gar nicht eine Tenery nur so als Info komm ja wir reiten mal rüber holen es raus ich hab kein Holz mehr Moment äh wir kann doch hier stopp 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 kannst du mich? nein du auch du doch nicht da meint schon dich ich hab hier ein Loch an der Decke das krieg ich nicht weg ja das plumpst lass doch mal ey ups wer schießt ein Bandit an einer von euch shit Banditin shit 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 von uns kann keiner schießen komm mal bitte komm lauf 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 so äh accept hoho 19 eben noch gehabt bei mir ist es abgebrochen ach maaaann boah hab ich jetzt Schwein gehabt ey das hast du abgebrochen komm wir laufen einfach weiter das krieg ich das ach da ist noch alles drin ey super sehr gut danke da war noch alles drin yes sir aber erst vom Heulen ach so wie glaubt so der Spaß die hier vielleicht hab's gesehen mein Gaul mein Gauliger das Spiel äh zielt aber ganz schön GPU Last ne muss man schon sagen ja die Performance ist nicht ja ah gut noch gut noch aber die ich sah dafür ist die Grafik halt Bombe ne ja die ist wirklich so ja ich sag die ganze Bombe ich hab auch schon da findet irgendwelche Filter drüber laufen ne hm wer weiß wo das endet mal mal gucken ja die auch ja so ich brauch Fiber guck mal der Rechner hat dem Stecher ist halbtot ja ja da waren so zwei drei Banditen und so ein paar Kugeln und dann ja ich hab auch schon mal vier wo bist du Kurt ich mach da kein Dach drauf ich kapier das nicht wo bist du denn ja ich weiß nicht wo du bist ich bin ich bin hier warte mal kann ich mir sagen ich kann mir doch bisschen laufen lassen ich hab Hunger ich bin bei dir gleich ich bin bei dir gleich ich bin grad ne da hab ich kein Bock drauf das ist grad so doof ja das steht aber da unten das will doch nicht wie ich will das ist hier bei mir hier oben weißt du hä was folgt mir noch ach dann war das das was ich grad gesehen hab wahrscheinlich auch genau ich dachte schon ja das erklärt einiges ich wollte schon fangen entfolgen entfolgen so ich bin fertig das Haus ist fertig jetzt bleib stehen es ist wunderschön soll man das Bauamt vorbeikommen und gucken nein lieber nicht der Statiker das ist alles so fertig mit dem Balfon da lass ich mal den Statiker kommen oder kippt noch nicht es hält da darf man aber nur frage säulen und so da darf man nur einzeln drauf so das Bauamt ist da mit der Forscherkammer ich baue meine Tannery ja ja baut auch eine Tannery so gefraut wird ankegert du ist das was cool ist auch wenn du am crafting bist du kannst trotzdem weiter laufen finde ich gut ich würde mal eine Kiste bauen dann würde ich mein Zeug da reinpacken was ich hier gesammelt hab er baut noch eine Kiste ich bin da am sammeln am gammeln der Kurt verteilt heute die Aufgaben was ich sag du verteilst heute die Aufgaben ja natürlich ist der Dienstälteste quasi haha jo so brauchen wir irgendwas soll ich irgendwas bauen mal gucken ob ich das kann wir brauchen sämtliche Tische die da noch drin sind ein Prog machen was wenn mit dem Haus gemacht hab hast du gemacht hast du häufig gemacht ach komm hast du da Stützen drunter gebaut mhm ja das sieht besser aus guck mal was ich hinter dem Haus gemacht hab das sieht überhaupt nicht besser aus mein ist aber voll cool als es so rumgeschwebt ist ich hätte wenn möchte ich das Säulen aus Stein haben und sowas eingraviertes das ist ja eigentlich in griechischen Land doch das wir sind nicht in griechischen Land wir sind nicht in griechischen Land oder bei den alten Römern mach das dann wieder weg jetzt ist ja beleidigt dann mach den Scheiß doch Schöne das ist doch schön ich bin der Balkon ist doch toll wenn wir wieder mitentwickelt haben ne also die ersten Bombe lässt sich hier in dein scheiß Haus ruhig 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 ich lass euch nicht in meinem Haus wohnen ich wohne nie mehr in der Werkstatt hier ist viel schöner ja war bald ich fertig bin so reden wir mal quitt ne oh ist das schön du so wir brauchen Leder ne ich kann einen Stone Fireplace bilden du brauchst Leder ja und einen Stone Forge hat jemand noch hat noch jemand hat noch jemand Haut dabei ja aber die kriegst du nicht ich brauche noch nimm dir die Farbe weg nein hat noch jemand Haut dabei sag mal hast du ach ne Muni kannst du keinen mehr haben ne bringt ja schon an seine Leute zu häuten hier ja klar oh kitt hier ab ey Moe der Häuter was wollt ihr haben einen Smoker wie sieht denn der aus fünfte Reihe ganz rechts hatte ich eben schon gezählt ne ja ne ne du bist äh Spatz du musst bei Crafting gucken rechts bei Crafting nicht bei Inventory genau ja das ist er was ist Brick das sind äh Ziegel Siegelsteine die sind aber schon in der Forge drin also im Ofen 19 Stück ich weiß nicht wie viel brauchen wir ja so viel brauchen wir nicht 10 und 20 Planken ja Planken deswegen will ich ja die Säge bauen ich brauche noch einmal brauche auch Planken ein Häutchen ein Häufchen ein Häufchen ein Häufchen holz kannst du haben ne holz will ich nicht holz kann jeder warte mal vielleicht schon ein paar äh Pfeile eine zu mach du viele Kühe machen Mühe so ist es wo ist eigentlich mein Gaul ach wir haben nur nur 32,7 Grad hier drin ja das ist tierisch warm die Rechner sind da nicht gerade kühlend oh was haben wir hier Wölfe Wölfe mit Pfeil im Bogen keine gute Idee oder? doch kannst du die gehen laufen wenn die einen Schuss abkriegen hauen die ab ja wenn die einen Schuss abkriegen das ist genau ja bei dir mit Pfeil im Bogen kriegen die wohl keinen Schuss ab doch einer ich kann damit echt nicht gut umgehen ich weiß nicht also ich hab mein Problem im Spiel na komm schon na komm ach das geht jetzt doch nicht uch bist du denn wieso kann ich ja nicht Spritzkacke bauen wirst du Spritzkacke bauen? ja Spritzkacke hab ich gesagt ne achso naja alles klar Spritzkacke boah ist das heiß wahrscheinlich ein Mammut guck mal du musst mal näher ran reiten dann siehst du es ach wie ja ja ich treff nix mit dem Ding ne ist schon äh berauschend sind jetzt alle unterwegs nur ich bin hier zurück gelassen ja du musst einen verbauen und einen ich so viel Material holen das Material Girl äh Material Boy warte dann so mhm eng ich baue mir das auch mal bogen da ich mir natürlich keine pfeile mehr bauen weil ich meine steine alle weg ich laufe meine gute idee wenn ich mich jetzt mit den bisons anlegen habe ich gleich ein problem ich habe jetzt mal eben so 30 pfeile verballert und nur zweimal getroffen steine hätte ich eigentlich gebraucht für eine neue schwefel wieder eine auftine wittler hier auch wieder ein augustine ich brauche stein da vorne war ein stein 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 ein steiner von kann der bruder von einstein zwei stein der stein stein ja der stein stein übrigens ein gaul ja dann nix wie los oma dann lasst du raus ein gewinn das ist ja das ist ein grauer grauer da war so eigentlich ein sattel draufgepackt so kann man die einfach so reichen man kann aber später sattel bauen dann können die mehr tragen in dem sattel okay kannst du ja auch material rein in die pferde pferde inventar das habe ich noch nicht geguckt so guck mal weg man fährt muss man füllen das ist eine kacke idee du bist ja auch sehr besonders weißt du ja sie hat nicht viel erfahrung mit dem spiel das merken ich habe nicht gedacht dass es war total weit weg wie kommt es war so weit weg ich dachte nicht dass die schleuder bis dahinten hingeht steinschleuder stimmt schleuder stein